und ich war jetzt hier zu positionen was haben sie getan du bist jetzt in sicherheit so nein das ist ja jetzt wieder um die kleine lisa und ich soll sie vor den rippen retten und das werde ich jetzt einmal tun ich werde auf distanz halten ok das sieht so aus als wäre das eine eingespielte mission die gleich losgeht sie ist auch ich bin hier gewesen das geschenk zu holen mystikerweise die kleine verletzte sich für bei gott was richtig ich krieg euch alle egal ob ihr ihr wehgetan habt oder nicht halt durch lisa ich komme wo ist es das wie ist es mit sicherheit gehört er keinen verdammten ripper ja 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 Warum findest du nicht den Weg? Die sind tot, Arschloch. Die treten deinem verdammten Kult nicht bei. Die sind tot, Arschloch. Arschloch. Hier, wurde sie hier reingeschleppt. Arschloch. 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 Borgen. Arschloch. Arschloch. Ich bin der Räupte. Musaim. Scheiße, was ist los mit euch Freaks? Die Freien regieren die Welt, ha? Nicht, wenn sie alle tot sind. Nein, sie ist nicht hier. Wo bist du, Lysana? Sie muss irgendwo hier draußen sein. Ich muss es durch ihre Augen sehen, um frei zu sein. Carlos sagt, wir müssen uns selbst aufgeben, um zu sehen. Wir müssen erwarten, wenn wir sehen wollen. Ich erzittere vor ihnen. Ich ehre die Freien. Nur sie sind aufgestiegen. Die Narben sind tief. Der Schwarz ist weg. Doch sie bleiben. Narben weißen wir den Weg. Wir steigen hinab! Sie trägen meinen Namen. Ich bin ein Gefundener. Streit nach Befreiung. Die Befreiung erlöste uns. Durch sie stiegen wir hinab. Die Befreiung zeigte uns den Weg. Die Welt, wie ich sie kenne, war früher ein Schatten. Wie ein falscher Film, der auf der Leinwand abläuft. Jeden Tag erinnere ich mich weniger und werde so ein Geist. Halt durch, Lysana. Ich will auch Sinn mit dir machen. Halt einfach, Dotten. Niemand! Tritt euch bei! Schau mal, jetzt wurdest du gefunden. Ja? Bussi! Ja! Wir müssen... Ringe ihn ab! Nicht hart zerwischt! Die Deckung! Lisa, ich werde dich retten. Setz ihn fest! Ich zieh mich zurück! Schau mal, ich werde dich retten. um sie ist irgendwie Hier! Er ist hier! Hier! Stopp! Hier! Hier! Sie werden hier hochkreuzen. Ja, Lisa muss da oben sein. Ich komme, Kleine. Ja, bleib. Ich komme, Kleine. Ich komme, Kleine. Komm schon, komm schon. Endlich. Verdammt. Ich habe nicht. Jetzt ist es stark hinab. Das ist sie. Nein. 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 Ich komme. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin einfach. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Lisa. Oh mein, Lisa. Oh verdammt, was haben sie dir angetan? Lisa! Lisa? Hey! Nein! Nein! Lass dich, lass dich! Lisa, ich bin's, Deacon. Erinnerst du dich? Deacon. Okay. Deacon. Schon gut. Komm schon. Was? Bist du okay? Verdammt, kannst du laufen. Kennst du das Besucherzentrum? Gut, da steht meine Maschine. Du musst so schnell, du kannst da hinlaufen. Halt nicht an! Nicht anhalten. Genau, nicht anhalten, was auch ist. Bereit? Los! Ja. Ja. Mark. Erinn. Sagst du was. Den. Ja, nicht. Syst. Lisa, los! Erwin! Runter! Erwärts sich nicht rühr! Ja? 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 Fast da? Ja? Ja? Los, los! Hm. Oh nein! Riff! Lauf zum Besucherzentrum! Los! Los, jetzt! Ich! Zu meinem Bike! Lauf! Hier ist es sicher. Bist du okay? Nein. Hör mir zu, südlich von hier liegt ein Camp am Lost Lake. Es ist anders als Hot Springs. Iron Mike ist nicht wie Mrs. Tucker. Ich hasse Mrs. Tucker. Du wärst dort nicht allein. Es ist ein gutes Camp. Und es ist sicher dort. Oh, okay. Ähm. Gut festhalten. Riff! 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 Auf den Lake Camp kommen! Teecam? Er hat nichts gehört! Was willst du? Wir, verdammt, wir müssen uns treffen, okay? Auf dem Cascade Highway, an der Abzweigung zur Old Belknap Road. Ich fahr jetzt dahin. Weißt du, was Iron Mike gesagt hat? Der Nacht als Busa und du hier wechselt. Äh, das, ja, ja. Hör zu, deswegen funke ich dich und nicht Skizzo an. Iron Mike muss das nicht wissen. Ich hab ein Kind hier. Was? Ja, kein Kind, eine Überlebende. Sie war lange hier draußen. Du hast eine Überlebende und bringst sie nach Lost Lake? Nein, du bringst sie nach Lost Lake. Ich bringe sie zu dir. Ricky, bist du da? Ja, okay, ich bin unterwegs. Lost Lake Ende. Ricky, äh, ja, okay, ja. Gern geschehen. Es wird dir da gefallen, Kleine. Äh, wie gesagt, Iron Mike, er, äh, er ist okay. Er schreit gern rum. Also, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Verstanden? Okay, ähm, und dann ist da ein Typ namens Skizzo. Wenn er dich irgendwie nervt, dann sagst du's Ricky. Oder, äh, er geht zu Eddie. Sie ist die Ärztin im Camp. Eddie, sie, sie ist ne Gute. Sie hat Medikamente und so, weißt du, um die, um die Wunden zu säubern. Ich meine, das soll sich ja nicht entzünden, ha? Sie helfen dir. Du kannst ihnen vertrauen. Auch wenn du, ähm, also auch wenn du, ähm, scheiße bobst. Okay. Hey, Ricky. Hey, Deke. Ich bin überrascht. Macht Tucker nicht mehr in Sklavenhandel? Äh, äh, Lisa, das ist, äh, Ricky. Sie wird dich, ähm, an einen sicheren Ort bringen. Es bleibt dabei, Deke. Iron Mike wird dich nicht dafür bezahlen. Bezahlen? Ach, komm schon. Entschuldige. Darum geht's hier nicht. Hier geht es nicht um Kopfgeld. Könntest du bitte nimm sie mit, okay? Hm? Was ist mit ihr, Deke? Was mit ihr ist? Sie wurde, sie ist ein paar Rippern begegnet. Ich muss da... Oh mein Gott. Hey, Lisa. Hi, ich bin Ricky. Hör mal, gehst du gern angeln? Ich liebe das Angeln. Ich, ich tue nichts lieber auf der Welt. Willst du mit mir angeln gehen? Ja? Komm, ich erzähle dir vom Lost Lake. Er hat das klarste Wasser, das du je gesehen hast. Und die Fische, oh mein Gott. Die Fische am frühen Morgen, die springen so hoch. Ich zeig's dir. Und dann werden wir jede Menge Spaß haben. Halt dich gut fest, okay? Bereit? Und noch mal vielen. Honey. Psch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020